Wir sind das Echo des Bärenauges und kommen aus der Schweiz. Uns als Formation macht aus, dass wir wirklich vielgäuer Musik machen. Und ja, die Tanzmusik ist auch lustig und gemütlich. Musik 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 Auf dem Schwefelpfiefli hat das erst geheiss und das ist ein traditioneller das ist eben schon ein alter Tanz der ist überliefert worden das weiss einfach niemand mehr von wem was es ist wahrscheinlich und dann haben wir ausgewählt ja, weil es eine urchige Runde Tanz ist ein bisschen Schmiss drin ja und der zweite ist der Schwingerkönigmarsch von Simon Lüthi und der ist halt auch der Neuertammt, sage ich jetzt einmal dort weiss man nur von wem was er ist und den haben wir ausgewählt weil er ja urchig und ja, er hat auch noch ein bisschen er ist auch noch ein bisschen fett Musik 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 Hoi miteinander, da ist doch typisch Volksmusik, schön und vielseitig. Hätt es euch auch gut gefallen wie mehr? Dann noch einen Like da unten und kommentiert und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf PlaySRF. Viel Vergnügen!